montag fünfter dezember tag nach barbara die losung für heute steht zum einen im psalm 143 im zehnten vers da heißt es lehre mich tun nach deinem wohlgefallen denn du bist mein gut dein guter geist führe mich auf ebener bahn und im galater brief kapitel 5 die verse 22 und 23 eine aufzählung was alles der geist bewirken kann welche früchte er treibt die frucht des geistes aber ist liebe freude frieden geduld güte rechtschaffenheit treue sanftmut selbstbeherrschung die frucht des geistes aber ist liebe freude frieden geduld güte rechtschaffenheit treue sanftmut selbstbeherrschung und wenn nur eins heute aufblitzt wäre das doch fein lass uns in deiner liebe und kenntnis nehmen zu dass wir am glauben bleiben dir dienen im geist so dass wir hier mögen schmecken dein süßigkeit im herzen und dürsten stets nach dir bietet elisabeth kruziger wünsche und euch und allen eine gesegnete adventwoche und einen guten wochenstart noch nicht die nicht wenn wir 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 Vielen Dank.